Ich werde immer wieder gefragt, welche Eigenschaften, erfolgreiche Eishockey-Gaale auszuzeichnen. Gute Reflexe. Ehrgeiz. Talent. Aber all das nützt nichts, ohne einen fitten Körper. Vor zwei Jahren konnte ich meine Karriere wegen einer starken Hüftarthrose fast an den Nagel hängen. Ist das das Ende von meinem Traum? Nie mehr ein grosser Goli werden? Kein Eishockey mehr im Leben? Das Innsospital hat mir wieder Hoffnung gegeben und mir mit zwei Operationen zurückgebracht. Was dann gekommen ist, hat Geduld gebraucht. Mit viel Disziplin konnte ich mich aber zurückkämpfen. Und jetzt bin ich wieder da. Mein Name ist Matthias Meschler und ich danke am Ennsospital, dass ich meinen Traum weiterverfolgen kann. Mit. 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 Mit.